Unsere Handball-Nationalmannschaft sucht in der 50. Saison der Handball-Bundesliga würdige Gegner für das All-Star-Game des deutschen Handballs. Und ihr entscheidet, wer dazugehört. Welche Topstars aus der DKB-Handball-Bundesliga tauschen ihr Vereinstrikot für einen Tag gegen das des All-Star-Teams? Welche Spieler kämpfen gegen das DHB-Team in Nürnberg auf der Platte? Jetzt seid ihr gefragt. Macht durch eure Wahl diesen Event wieder zu etwas ganz Besonderem. Wählt euer All-Star-Team 2016. Schickt es am 5. Februar in der Arena-Nürnberger Versicherung ins Rennen gegen die deutsche Nationalmannschaft, direkt nach der Europameisterschaft. Spitzenhandball mit zwei Weltklasse-Teams. Stimmt jetzt ab und seid dabei. Das All-Star-Game 2016 braucht eure Stimme. 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 Stimme